Ja, hallo meine Fotzibärchens und Pingalingaling erstmal. Ja, das Bier ist schon offen, Review-Marathon, ihr kennt das alles, ne? Hier, Kronen schmeckt. Worum geht's heute? Heute geht es um eine, äh, ja, eine 7-Inch, eine, äh, wie ich meine vielleicht, Gringor, who knows, eine Split 7-Inch von Digest und Fieses Christ, ist das hier, Fieses Christ, genau, das erinnert mich immer so an, ähm, wenn ich Fieses Christ höre, ne, dann muss ich immer an Jesus Crust denken, kennt noch einer Jesus Crust von früher, das war auch eine sehr schöne Sache, ja, wir hören da auf jeden Fall mal rein, das sind, äh, hier, schöne, schwarzes Vinyl, wie viele Songs sind denn überhaupt drauf, wie viele Songs sind denn überhaupt drauf, äh, zwei, zwei von jeder Band, ja, okay, dann ist das ja schnell abgehandelt, wahrscheinlich, wir fangen mal mit Digest an, weil die haben mir die zur Verfügung gestellt, Grüße gehen raus, auf jeden Fall, und jetzt hören wir mal, ähm, in, äh, Digest, in die Digest-Seite rein, ne, also, bis gleich, 304 Bier, hm, ha, geschafft, was denn, oh, fängt ja an wie, wie so eine neue deutsche Welle-Ding, hatte ich da die letzten schon mal, ne, oder, ah, kommt vielleicht noch, oh, weiß man nicht, ne, hä, äh, ist das jetzt so, so Technoid, ach so, oh, ich glaube, ich habe die falsche, äh, Geschwindigkeit eingestellt, wir müssen auf 45 hochschalten, ne, ja, läuft auf 45, die Platte, also, wenn ihr euch die kauft, ne, die läuft auf 45, nicht 33, sonst hätte ich wieder Doom-Mail gehört, pingelingeling. So, und jetzt geht's so ein bisschen ab, oder nicht? Komm, hier, ihr habt nicht so viel Zeit auf nach 7 Inch, ihr könnt ja nicht ewig lange Intro machen, muss jetzt losgehen, ah, boah, Alter, yes, 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 und jetzt wieder der Bass, Ja, oh, geil, das ist, das ist wirklich das, au, oh, ja, I like, I like, I like, I like, oh, Lord, das ist richtig, das ist richtiger Schmutz, das ist richtig, richtig gut, ey, also Schmutz im besten Sinne, ne, äh, wenn ich hier über Assi und Schmutz und so rede und, oh, ich sehe gerade noch was, wenn ihr lange genug dranbleibt, gibt's am Ende des Videos wieder noch, äh, Spaß für euch alle, oder, ne, für ein, oder ein, ne, von euch, ne, ich habe ja nur 3% weibliche Zuschauer, glaube ich, aber, ey, wir trinken mal, wir trinken mal einfach auf die weiblichen Zuschauer, pingelingeling, dass du hier den Scheißdreck erträgst, ist aller Ehren wert, pingelingeling. Ja, schön, schön, so ein, so, 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 die, die Beatiger, äh, äh, grind, death irgendwas. Mit, so ein bisschen Melodie aufbremd, ne. Oh, zeigen wir mal hier das Inlay, so sieht das aus. Ja, oh, das hier lesen, ja, Digest, wen haben wir denn da, oh, das sind 5 Leute, krass. Tommi am Gesang, boah, meine Augen sind so schlecht, ne, ja, irgendwer spielt Schlafzeug, Holgoa spielt Bass, Schnitzer an der Gitarre und B an der Gitarre, ja, ey, sehr, ey, das ist so, das ist so, ja, das, ja, oldschoolig, ne, also, finde ich, finde ich, finde ich, ist ja sehr geil, aber ich muss immer an Jesus Trust denken, wenn ich, jetzt sehe auch wieder die Mary, ooh, 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 atrás ist aber vom Gesang her, Alter, hast du, du hast doch das gepitcht, oder ist da nur ein kluger Effekt drüber, dass das so klingt, weil, machen Das machen wir uns nichts vor. Pitchen ist für meine Oma. Dann kann die auch noch sowas machen. Gott hab sie selig. Und jetzt nochmal schön, ach ne. Jetzt wird er ein bisschen geballert. So ein paar Sekunden und dann geht's wieder rein. In so einen groovigeren Tank. Jetzt ohne Scheiß. Wenn das Deathfest nicht zum letzten Mal gewesen wäre, damit dass ein super oben da würden die leute sagen so dass nie gehört aber danach wird hier sehr viele platten verkaufen das ist also ebooker hier auch dort ist das macht das macht laune das ist so eine mischung aus dem 90er grindcore hardcore zeug und so stehen das passt schon weil da halt diese melodien drin sind das gotenburg auf was ich das finde ich das ist schon mal geil das gefällt mir sehr sehr selten und wann kam das raus ja steht da immer nicht so drauf gibt sie wenn man das denn raus man steh nicht drauf aller ehren wert ich habe meine damen und herren hier das gerade sehen also die denn hoffe ich dass ihr das seht das finde ich richtig richtig gut da gibt es ein album von ich möchte so gerne so ein album auch platte haben also das erinnert mich auch so an meine an meine aufbruchstimmung als ich angefangen habe den grindcore und unsere grind deathbands für mich zu entdecken steht in einem hintergrund eigentlich rum ach ja hier könnt ihr sehen ich musste die ganzen figuren mal runterstellen weil ich an die platten musste es wird immer viel zu voll hier jetzt kommt nix mehr ach nee da war nur ein song von denen drauf ja schande 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 eat from the rot das war der einzige song von digest der da drauf war ja schade 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 ja gut da müssen wir jetzt zu seite zwei übergehen und das sind fieses christ und dann sehen wir uns gleich mit der b-seite bis dann drei zwei null bieten für mich gegen die ist konfrontation gegen die ist ich bin glädigisch 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 ihr seid hier hinkommen und tut uns leid jetzt seid ihr jetzt einfach gefickt auch richtig alter richtig ja das ist mir so das geht mehr so in die punky gerichtung das geht mehr so in die in die die punk grindcore richtung so… ich weiß nicht ein bisschen… ja agathocles trin wenn sie mal wenn sie mal einen faulen kach haben Dingelingeling. Ist auf jeden Fall beides, jetzt mal um auf die Produktion einzugehen, beides sehr rough abgemischt. Das ist bestimmt irgendwie selbst aufgenommen. Könnte ich verwetten. Da steht ja nicht bei. Ja doch, Mixed and Mastered by Ernesto et... Was? Domstadt. Doomstadt. Ist das auch deutsch oder was? Da steht ja nicht bei. Aber egal. Das war ja so ein Funk-Crime-Core. Ja, hab ich auch das richtige T-Shirt an hier. Skam fucked Outlaws. Könnt ihr euch vielleicht auch mal reinziehen. Auch in eine großartige Band. Außer dort Munderlande. Ja, aber... Ist ja... Es gab mal so einen Sampler. Apocalyptic Convulgence. Auf so einer Ten-Inch. Eine graue Ten-Inch. Da war so Asyb drauf. Und ganz viel schräges Zeug. Und da hätte das auch drauf gepasst irgendwie. Also es ist sehr... Ein Trip in meine Vergangenheit. Eigentlich. Weil es ist sehr, 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 sehr oldschool. Das hätte auch in den 90ern rauskommen können. Definitiv. So, was haben wir... Oh, da sind zwei Songs drauf. Auf der Seite. So, jetzt mal. Was vorläuft. Wie Bad Religion. Und dann wieder rein. Tom Warrior. Uh! Ist auch noch dabei. Ja, dann macht das dir allen Sinn. Pingelingeling. Ja. Was soll ich sagen. Eine schöne, schöne, schöne 7-Inch. Die auch denke ich nicht zu teuer ist. Ich weiß den Preis jetzt leider nicht. Aber 10 Euro könnt ihr da schon mal für investieren. Plus Portoroben brauchen natürlich. Digest. Pieces Price. Super, super, super gut. Ist eine schöne Mischung aus Punk und Asso Grimcore. So, wie ich das mag. Mit einer schönen, schmutzigen, räuligen Produktion. Sehr gut. Mein Ping Approval habt ihr auf jeden Fall. Ist eine sehr schöne 7-Inch, die ich in meiner Sammlung sehr gerne einverleihe. Und in diesem Sinne sage ich, weil, mein Bier ist leider alle, Supportet die Bands. Kauft die Platte bei dem einen oder anderen. Einfach kaufen. Konsumieren. Was ja genau im Gegenteil zu diesem ganzen Grindcore Zeug steht. Egal. Da könnt ihr mal ein paar Euros lassen. Damit die Leute sich mal ein paar neue Seiten für den Bass oder die Gitarre holen. Und jetzt die Platte vorbei. Und ihr könnt was? Richtig. Abschalten. 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 Ja, warte mal. Da kommt ja noch ein Nachtrag. Richtig. Schön, dass du oder irgendwie dein Dämon drangeblieben seid. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das runterladen. Hier ist ein Download-Link. Ja. Der erste oder die erste, die das sehen. Die können sich das jetzt runterladen. Standbild machen. Einfach runterladen. Spaß haben. Aber trotzdem vielleicht die Platte kaufen. So. Jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Jetzt wünsche ich euch nochmal einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend und den ganzen Bullshit. Und jetzt ist aber auch wirklich tschüss. Also tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.